Also, Old, but Gold. Fragezeichen. Ich finde das schon Ausrufezeichen. Es macht großen Spaß. Deutsche Untertitel geht leider nicht. Zumindest habe ich es nicht gefunden. Vielleicht muss man da in der Indie-File was umstellen. Ach, das Ubisoft-Logo. Das hat sich nämlich jetzt geändert durch den Neustart. Das Ubisoft-Logo hat auch Drogen gespielt und vielleicht spielen jetzt auch die Zwischensequenzen Drogen. Kann ich da irgendwas machen? Hallo, das ist ein Süß. Hör, Mongoose hat Familie. Meet me on the roof. And don't go using G-Man for Target-Fractice. Okay? A girl from the bank. So, ich glaube es muss wieder jemand gestuhlt werden. Das ist preposterös. Hold on. Sie haben einfach die Tür abgelöst. Was? Sie haben einfach die Tür abgelöst. Was? Ja, mit dem Typ mit dem Stuhl messen die auf jeden Fall. Ich habe richtig Bock da einfach auf den Zug zu rennen und zu stuhlen. Stuhlen! Es muss noch mehr gestuhlt werden. Au! Das ist aber unfair. Wie einfach immer der Wand wartet. So, das ist Game Over. Ich glaube da muss jetzt jemand geflasht werden. Mein Gott, da sind die Strecken. Was? Ich weiß nicht, wenn sie haben Sie einen RPG. Ich weiß nicht, wenn sie haben einen RPG. Naja, von RPG? Alles gleich. Hör, du kannst das hier. Ich weiß nicht. Was? Bock? Bock? Nein, ich hab gedacht, ich wollte euch helfen. Es ist irgendwie... Nein! Lassen Sie es. Okay, Bunnyhop funktioniert großartig. Au, 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 au. Ah, Hilfe. Irgendwo ist man erschossen worden. Ich bin überfordert gerade. Wo muss ich denn Hilfe hier rein? Au, 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 au. Lassen Sie mich in Ruhe. Hilfe. Oh, weh. Jetzt kann ich ein bisschen sneaky angehen sollen. Jetzt hat er die Türe zugemacht, oder? Ich glaube, ich brauche die Bunnyhop. Das ist natürlich ungünstig, dass der da steht. Das war vielleicht etwas hektisch. Es macht so Spaß, so hektisch durchzuhüpfen. Das sieht erstaunlich tot aus, so dass ich ihn eigentlich nur gestuhlt habe. Naja. Wer wartet das ungünstig? Das finde ich nicht okay, dass der da so rumsteht. Oder war denn noch einer ungünstig? Was ist das? Oh Mann, da sind überall welche. Und ich glaube, ich soll die ja nicht erschießen. Au, au, au. Lassen Sie mich in Ruhe. Was ist das? Einen muss ich noch stuhlen. Kann ich den Bruchzack nehmen? Besen, Besen, Besen auch gut. Ich bin selber groß, kann ich selber Besen. Okay, das hätte man vielleicht ein bisschen agentenmäßiger einstellen können. Aber für die Zukunft, wenn man das jetzt vermerkt. Geht unten so ein Lüftungs-Schlitz auf. Kommt die Faust raus. Okay, wo muss ich hin? Was ist das Nonsens? Warum ist da noch eine Mauer dahinter? Hä? Aragorn, komm da raus. Sieht ein bisschen aus wie Danny Trejo von der Infernung. Okay. What? Was? Okay, das gehen wir noch mal ein bisschen. Return to Game? Achso, ich muss übers... Ja. Oh, pfff, ganze Level noch mal machen. In your deposit... ...dition you even added, that you don't feel like a killer. How touching. But the law doesn't operate on feelings. Now does it? It operates on evidence. Okay, man soll sich vielleicht ein bisschen gestern überlegen, ob man sterben will oder nicht. Jetzt muss man sich den ganzen Spaß immer wieder angucken. In der Hände? Where did the bullet come from, in your opinion? That building there, see? Right in the line of sight. And who have we here? Well... Need I get a mirror? Or are you finally going to confess to the assassination of... Agent Scott, line one. So where's that file? You're not going to believe this, Colonel. Steve Rowland's military file is missing from the Pentagon. And they're positive, your man was killed in a mission down in Mexico over a year. Sie steht da schon und wartet auf ihren Einsatz, ne? So is Widow's in for a surprise. But before we announce your resurrection, Captain Roar... What the devil's going on here? Hey. Psst. Don't move. I'll get you out of those cups. Great to see you again, Steve. Listen. Mongoose has found you. Meet me on the roof. And don't go using G-Men for target practice, okay? The girl from the bank. That's preposterous. Hold on. Alarm! Den ersten habe ich schon mal gestuhlen, ohne dass ich was abgekommen habe. Oh, nicht schlecht. Oh, da hätte ich auch rein können, ne? Oh, okay. Okay, wir gehen jetzt das ganze mal etwas sneakier an. Ach, dann wäre ich hinter dem rausgekommen. Den nächsten muss ich gut stuhlen. Okay, wenn ich jetzt speichere, bringt das was? Ich weiß nicht, aber ich habe einen RGG. Lass sie jetzt nochmal machen. Okay. Nummer 1. Schnell her. da gab es doch noch mal einen stein den wollen wir nämlich jetzt auch stein banyhops funktionieren zwar auch aber ich glaube der stein der stein an kopf ist doch die bessere idee der hat mir aber viel abgezogen den 16 schaden gemacht mit einem schuss Ich probiere es mal nochmal im Save Game. Ich weiß es nie. Aber es kommen natürlich auch immer mal wieder so Autosave Checkpoints. Dann habe ich noch eine mitgegeben, ja, aus dem Handgelenk. Uff. Where are you keeping yourself, let's go! Nein, so ein Sprutzmantel. Der hält doch was aus. Und Medikit. Wie viel macht das? 40, glaube ich. Muss ich jetzt noch nicht machen. Ist es Geld? Nee. Den haben sie wiederbelebt. Der war doch gerade eben schon mal da. Aragorn, Arathorns Sohn. Das hat so ein bisschen auch was von Doom. Also von so einem alten 2D-Shooter, wenn man irgendwie die Maus immer auf einer Höhe lassen kann mit den Köpfen. Ich habe ja gerade gesagt, der Floor ist Lava. Ich habe ja gerade gesagt, der Floor ist Lava. Ich habe ja noch ein Medikit. Cool, noch ein Medikit. Cool, noch ein Medikit. Cool, noch ein Medikit. Mal. 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 Wo ist hier eigentlich hin? Oh, in die Weste. Wäre ich hier eigentlich aufs Dach sollen? Da kommt dann wieder Schrufen in die Enge gewandt. Das ist ein Spinn. Der hat Bock. Der hat motiviert angelaufen. Können wir uns eigentlich mal einen Minipick reinziehen? Haben wir ja vier Stücke, oder? Was, wie viel hat das jetzt gebracht? 24? Eine komische Zahl, oder? Ah, die Mucke, die gefällt mir richtig gut. Ich glaube tatsächlich, jetzt geht die Musik in den Zwischensequenzen. Hä, was muss ich denn machen? Schau uns was noch. Achso, okay, laufen. Schau uns hier. Versehen mich wieder wieder nicht für dich nicht, ist es? Ich kann nicht glauben. Du hast wirklich verloren, deine Erinnerung. Wer bist du? Ich bin Major Jones, der erste Eingang für General Carrington. Ring eine Belle? Carrington war drei Tage vor. Er war ein Parallel-Investigungs-Investigungs-Präsident Sheridan. Er ist derjenige, der dich aus dieser Belle rauskommt. Es ist nicht sicher hier. Über die Wände. Los geht's. Präsident Sheridan heißt er, der assassiniert wurde. Ja, Madame. Hier. Grapplinghook. Großartig. Ich gehe zuerst. Ha, geil. Der hat aber gut getroffen, ey. Die hat einmal das Ding da hoch in den Himmel geschossen. Aum at the hook and press action. Ich muss ihn jetzt auswählen, das hättest du mir auch sagen können. Da hat er gerade eine Fernbedienung für seine Seitenwinde. Das wäre geil. Ja, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Und jetzt. Und gleich machen wir hüpf. Hüpf. Boah, großartig. in diesen Fällen. Ich warte auf einen Telefon von einem Informanten. Er weiß, wo sie in Carrington stehen. Over there! Mit der Frau! Komm schon! Warum kann ich ihn noch einfach abschießen? Ich habe ihn den Kopf geschossen, aber es ist nach vorne rumgefallen. Auch nicht schlecht. Unzufrieden? Hier ist... Sie sind aus der Range! Ich denke, muss ich nicht mehr. Er ist schon tot. Oh doch, da ist noch einer. Okay, das ist weird. Wenn man scopet, dann kann man nicht mehr laufen. Oder ganz, ganz extrem langsam laufen. Äh... Hallo? ... ... ... ... ... ... ... ... Au! 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 What? Was hat Lerner hingeschossen? Sehr unfair. Der hat mich ja fast ungemietet da mit einem Schuss. Jetzt muss man es nochmal mit einem Save-Game. Wo kam der her? Da ist sich hier hoch geseilt. Deren Alert hört sich irgendwie eher an wie... Ein Meme-Auswurf. Wurde ich den ganzen Weg? Wurde ich wahrscheinlich weggranaten sollen. Wurde ich wahrscheinlich weggranaten sollen. Ich schmeiß mir einen Granaten. Oh! Oh! Er kommt! Ich schaue die Kaube. Die sind echt nicht mehr. Dann schmeißen wir einen Müll und wird in die Landschaft geworfen. Furchtbar. Was? Wo? Wo? Ah, da. What? Kann der auch die Luft anhalten? Der schwankt immer so hart. Ich sag, ich treffe ihn leichter mit der Pistole. Oder? Ja, ich treffe ihn wahrscheinlich gleich mit der Pistole. Der Revolver macht's. Der Revolver macht's. Ui! Hätte ich nur eine Granate fliegen sollen? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Boah! Das hat aber gut funktioniert, muss man sagen, oder? Oder war das hier Commander Austin? Ich glaube leider, die sind die Stuhl-Actions vorbei. Ich habe die Info. Roger das, was hast du? Kerrington wurde arrester, mein General Stamwell. Sie beendet an Emerald, an isoliert an Army base in den Appalachian Mountains. Ich weiß noch nicht, warum Stamwell 160 Kerrington ist weg. Ich sage dir, sie sind da drin! Gib mir die IPG! Ich habe die Granade einfach irgendwo hingeworten. Kann man dazu sehen? Oh, der Revolver ist großartig! Wer dir das gedacht? Da lebt noch einer hier. Na? Der hier. Au! 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 Kommt der mit dem Stuhlgewehr um die Ecke oder was? Der hatte mich fast! Der Revolver ist mega! Das ist ja wie eine Diegel! Wie? Wir müssen... Wir müssen... Wir müssen auf jeden Fall gehen! All right, here we go. Fort M, 12 o'clock. Borrow attack choppers often? You've really lost it, haven't you? Borrow attack choppers. Und ich muss sagen, es fühlt sich, also es sieht natürlich ein bisschen verpixelt aus, aber es fühlt sich so flott an irgendwie. Normalerweise hat man das Gefühl, so wenn man ältere Spiele spielt, dass die sich so ein bisschen träge anfühlen, dass die nicht so ganz flott sind, dass die nicht so, dass die Mechaniken manchmal so ein bisschen schnarchig sind und dass man vielleicht dann mal eine Tasche zu viel drücken muss. Aber hier überhaupt nicht, ey. Das war jetzt seit einer Zeit komplett voraus. Was ist denn da los?